Die Idee ist unsere weltweite Konferenz, die wir einmal im Jahr in unserem Headquarter abhalten, in die Länder zu bringen und einfach die Themen, die wir dort besprechen, noch mal zu vertiefen. Das ist immer schwierig in dem Rahmen, wenn du mit 700 Leuten sprichst. Die Veranstaltung ist sehr groß, die wir in Helsinki durchgeführt haben. Es ist wesentlich einfacher dann im direkten Austausch mit unseren Partnern einfach die Themen, die wir adressieren wollen, in dem Fall Blumenstrauß an neuen Produkten, die wir launchen, noch mal zu besprechen. Das ist der Hintergrund für so eine lokale Konferenz letzten Endes. Und für uns aus der lokalen Sicht, ja, unser Geschäft lebt von Vertrauen, unser Geschäft lebt von Langjährigkeit, von wirklich starker Loyalität und dem Zusammenspiel mit unseren Partnern. Und die erreichen wir einfach optimal in so einen kleineren Rahmen. Wir haben ja fast 60 Gäste zugesucht, das ist schon relativ groß, aber in so einer teilweise dann auch 1 zu 1 Situation können wir uns einfach deutlich besser besprechen und auch abheben. Abheben in dem Sinne, dass wir ja aus meiner Sicht einige unserer Stärken ja ausspielen. Mein Team arbeitet sehr, sehr lange zusammen. Die Partnerschaften mit unseren Partnern, auch mit Endkunden sind sehr, sehr tief und überwiegend langjährig. Wir haben ja Partner, die sind seit über 30 Jahren am Start. Und das zeichnet uns einfach aus und hebt uns meines Erachtens auch von vielen anderen Unternehmen ab.